Die elfte Auflage des Reifeisen Tom Taylor Radkriteriums am vergangenen Freitag in der Würgler Innenstadt brachte viele rasante Sprintentscheidungen, schmerzhafte Stürze und einen verdienten Sieger. Dass es spannend wird, war auch zu erwarten. Denn Organisator Günter Feuchtner konnte viele nationale, wie auch internationale Spitzenteams in Würgl begrüßen. Gefahren wurde auf einem 950 Meter langen Rundkurs mit Start und Ziel in der Bahnhofstraße und schon beim ersten Rennen der Union über 24 Runden gab es backende Rad-an-Rad-Zweikämpfe bei Spitzengeschwindigkeiten jenseits der 50 Kilometer pro Stunde. Bürgermeisterin Hedi Wechner jedenfalls zeigte sich beeindruckt. Es war ein hervorragendes Rennen, sehr turbulent und ich habe mir bis jetzt jedes Radkriterium von Anfang zum Ende angeschaut und es ist jedes Mal wieder enorm spannend. Vor allem, sie überschreiten die 30er Beschränkung ganz eklatant, aber es ist ein Bild für sich mit welcher Geschwindigkeit, dass die da durchfahren, die Radlfahrer und es ist auch für die Stadt ein Erlebnis, vor allem nach der Pandemiezeit wieder ein Zusammenkommen von Menschen und man hat ja das gemerkt bei den Zuschauern, es waren alle begeistert. Auch Vizebürgermeister und Sportreferent Hubert Aufschneider war fasziniert und streute den Veranstaltern vom Radclub Würgl Rosen. Ja, es ist eine super Veranstaltung, wenn man sich denkt, in einer Stadt wie Würgl so einen Wettkampf abzuwickeln, da könnte man ein großer Dank an den Veranstaltern, an den Radclub Würgl, aber im Großen und Ganzen, es war eine perfekte Veranstaltung, man hat es auch gesehen für die Leute, es wäre super angenommen, so etwas. Auch beim anschließenden Rennen der Elite über 45 Runden war die Spannung kaum auszuhalten, zumal sich nur die 10 Besten für das abschließende Ausscheidungsrennen qualifizieren konnten. Schlussendlich konnte sich der favorisierte Italiener Philippe Bofortin in Diensten des Teams Vorarlberg trotz Sturzes klar durchsetzen. In Buchterinnen habe ich die letzte Kurve zu schnell genommen und bin gestürzt, aber ich war in der Lage zurückzukommen und konnte noch gewinnen. Ein positives Resümee zog dann auch Organisator Günther Feuchtner, der ein Kriterium mit einem würdigen Sieger sah. Es war total turbulent, also spannend bis zum Gehtnimmer, das Finale speziell, weil es war insofern auch spannend und auch ein bisschen turbulent, weil auch für die meisten Fahrer und Sportler das ja ein Neuland war, so ein Finale zu fahren mit einem Ausscheidungsmodus und da gibt es immer ein paar Schlitzer und die probieren das System ein bisschen zu umgehen, aber schlussendlich hat alles gepasst und jeder weiß auch, dass er probiert hat und ein Schlitzer war, aber es war ein total tolles, spannendes Finale und mit ganz, ganz hochwertigen, würdigen Siegern. Mit dem Philippe Bofortin haben wir einen Kapazone gehabt, der heute das Rennen gewonnen hat. Er hat bei daher alle großen Rundfahrten in Wahrheit schon Etappen gewonnen und das Würglerkriterium hat er gesagt, das fehlt ihm noch und es hat er heute voll endet. Er war auch der Favorit, muss man sagen. So Feuchtner, der sich schon auf das 12. Radkriterium in zwei Jahren freut, seitens der Stadt wurde ihm jedenfalls wieder Unterstützung zugesagt. vielen Dank.